Dies ist die Geschichte eines Menschen mit einer einzigartigen Biografie. Man sagt, es sei eine Biografie, die ein ganzes Jahrhundert miterzählt. Vielleicht, weil man lange Zeit das Echte vom Falschen nicht unterscheiden konnte. Alles, was wir über Binyamins Kindheit bisher erfahren haben, entstammt dem Buch Bruchstücke. Ich habe noch als Kind eine neue Identität erhalten. Die juristisch beglaubigte Wahrheit ist eine Sache, die eines Lebens eine andere. Ich habe mir dann gesagt, hör mal, das stimmt ja gar nicht, wieso lügst du? Vielleicht, weil in dieser Biografie hinter den Tatsachen eine andere Realität zum Vorschein kommt, die menschlich ist, die wir aber kaum erklären können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!